Stimmt. Der dämonische Tyrael ist glaube ich der einzige Skin, den ich gut finde. Ja, 5 Euro im Angebot. Aktuell. Hast du gerade geholt, oder was? Ich bin am überlegen. Ich wollte noch gucken, wie auch mein Guthaben ist, weil ich den Raggy auf jeden Fall auch mit Skin herangehe. Wen? Den Ragnaros! Der Neue, oder was? Äh, nicht der Varian, der der Darm hat, aber den Mini-Ragnaros. Nein, Lidl. Ja, same. Was heißt das? Musst du gucken, musst du gucken! Das ist der Trainer, wo er so wie es nach Baby aussieht. So. Hallo, ich bin Ragnaros! Ich bin alle Stärken! Hallo, ist das auch in dem Video? Ja. Poste das mal bitte selber. Nö, ich habe vergessen wie das geht. Ich habe das eben erst beim Essen gesehen. Ihr seid alle scheiße. Ja, bedanke dich bei deinem Freund. Noch bei meiner Frau? Freund. Ja, oder Frau. Passt beides. Hallo! Könnt ihr euch mal ein bisschen benehmen, bitte? Hallo! Hallo! Hier! Wer bist du? Ich habe auf ihn geschossen. Oh, man ist tot. Wer ist tot. War auf! No heal, no win! Meinberg, hast du eigentlich gar nicht den Kälter-Skin? Nein, den neuen, ich will doch 9. Was? Ja, aber was ist mit dem... 9? Ja. Ja, da müssen nicht alle Skins sein, ne? Meinberg, das ist schon schwach ein bisschen. Warum? Du bist es gewohnt, dass ich schmale habe, ne? Ja. Hm, man muss dich jetzt enttäuschen. Oh, der neue, Murat, äh, der neue Skin ist ja nicht so der Porna. Was wird vollständig? Na, geht! Na, so schlimm finde ich denn nicht. Ich finde den eigentlich auch ganz gut. So. Boah. Der nicht schon fast den selben Skin? Nee. Der neue, Muradin ist ja cool. Muradin hat einen neuen Skin? Ja, Marauder-Skin. Und Space-Anzug ist das. Poste mal bitte das Video. Ja, Google! Ja, Google! Hör mal, ich bin gerade im Match hier. Seid ihr übelst Nuts. Ja, der, der Lunana-Skin ist ja Pflicht für unser Weihnachtsteam, ne? Auf jeden Fall. Auf meiner. Ja, ich würde den auch haben. Und die Schneeblocke will ich halt haben. Die gibt's bestimmt den nur in dem Paket. Meinberg, du spielst doch immer Kälters. Ja, und? Ich mag den Skin, ich hab... Ja, der Nasen-Muskel, den hab ich ja schon gepostet. Der ist auch King. Ja, geht. Den finde ich eigentlich nicht so cool. Hallo? Da finde ich aber, ähm... Hast du denn mal der Gargantua davon gesehen? Das ist ein riesiger... Ja, ja, das finde ich halt cool. Das ist richtig gut, ey. Hi, meine Profis. Die ganzen Animationen sind cool. Hi, Mame Profis. Ah, zur Hallen. Der Rambock ist cool. Ja, da sind viele coole Sachen bei, aber... Die Schneeblocke... Ne, klar. Ah, ja. Ja, klar. Special Snowflake, super. Macht die auch so'n... Schimmer, wenn die fliegt? Ja, bestimmt wie hier der Stab von, ähm... Jaina. Ja, der Elementarlöwe ist halt nicht so der Kleiner, ne? Ja. Er hat die ganzen Mounds, die man so free kriegt. Das ist so der Donner. Achso, ja. Das ist garantierte Season-Belohnung. Weil es gibt auch... Ja, sag ich doch. Naja. Hier, äh... Elementarfeeder sind Season-Belohnung. Ja, ich höre nichts. Ich höre das Video. Alter, warum bin ich der Einzige, der hier das Camp macht? Wenn hier vier Leute rumstehen. Weil wir uns gerade über das Video unterhalten. Ja. Du weißt, wo hoffeln? Aber ich hock dich gleich. Scheiße. Oh Gott, äh... Da steht da noch Gank. Ja, weil ich das alleine machen muss hier. Das ist gerade eine Video-Auswahl, ne? Oh Gott, äh... Wie willst du da boppen? Oh Gott! Das ist gerade mal gerettet. Wunderbar. Ich bin dran, ich bin dran. Du willst mir einen vom Bob erzählen? Du wolltest das Gebäude hucken oder was? Wir haben gerade hier unser Miniscamp gemacht, unser Miniscamp. Was? Schätze für alle, aber am meisten für mich! Ha 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 ha! Oh man! Wir sind dran, Jungs! Wie geht es denn rein, Marley? Ich war die Miniscamp. Ich bin klar, dass er einmal Splash Damage macht, ne? Oh, scheiße, aber der Hammer hat mich nicht geschild. Aber ich denke ich auch. Und bei der Arthur. So. 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 Ich habe ihn gebaid. Nichts als Kanonenfutter. Euer Gegner hat ein Poort demoliert. Das reicht. Wir wollen aber nicht umsonst. Unten, Heber und Autos? Sag Bescheid, wenn du einen frisst. Dann eskortiere ich dich direkt. Wo gehen wir denn damit hin? Hinter der Wall irgendwo, ne? Ich habe einen gefressen. Du hast mich in die Nähe von dir geblieben. Warum soll ich mich nicht nehmen lassen? Boah, ich bin ein unsichtbarer Vogel, ey. Ach, eigentlich leider nicht. Der wird nicht wieder aufstehen. Die Winde des Wandels. Ich tat was zu tun. Ah, das ist Spaß. Wir haben eine Abmachung. Ja, Türme des Unterhalts könnte das gut sein mit dem Fressen und Portal. Der Map ist Stitches sowieso gut mit den Hooks. Guck mal hier! Guck mal hier! Hier wo ich bin, den kannst du hochkönnen. Den Apertour. Guck mal, guck mal, guck mal hier. Ach, schade, jetzt hat er es gemerkt. Guck mal, guck mal. Nein. Oben kommt der Boss übrigens. Oh, er wird mal zurückbordern. Na, die payen jetzt vermutlich. Der Arthas mit der Morales hier in der Mitte. Halte die mal ab. Ja, hab ich gemacht. Ups. Wollen wir den hucken? Ach. Ach ja, in einem Game, wo wir so aufs Maul gekriegt haben, der hat doch die Tyrande die ganze Zeit gezählt, wie oft der Lean daneben geschossen hat mit den Hooks. Ja. Dabei hab ich aber auch mindestens die Hälfte sehr gut gehört. Naja, ist egal. Die andere Hälfte, die du nicht getroffen hast, das war die, die entschieden hat. Und dann hab ich angefangen zu zählen, wie oft der Stun bei ihr daneben geht. Ja, das war ein gutes Spiel. Ja, ja. Das war... Das war... Toxic Deluxe, also... Boah. Na. Da hat sich quasi durch den Motor gefressen. Das will man auch auf Silber gefressen. Das will man auch auf Silber gefressen. Silber. Silber, ja. Boah. Da hat sich auch auf Silber gefressen. Oh nein. Oh nein. Ich hab ihn gefressen, Lean. Oh nein. Ich habe versucht ihn zu treffen, mal hochheben, aber ich bin nicht betroffen. Jetzt hat er volles Leben, ja. Ich glaube ein Noma, ne? Morales. Ach, Morales. Ach, nein. Moin, Berg. Fressen. Jetzt habe ich ihn auch noch an den Ort gebracht. Das ist ein bisschen blöd auf der Map, weil du die nicht wirklich hinter die Wand holt kannst. Auf einer anderen Map, Termin des Sun, als hätten wir so schon einige abgeholt hier. Nein, ich werde zu spät. Komm, ich hatte 18 oder so auf meinem Stack. Ja, ich auch. Ich hätte sogar 25 oder 20 oder so. Bei mir sind das aber 20, da bin ich voll mit dem Stack. Ja, bei mir sind 30, da bin ich voll. Ich hätte es auch fast. Loin. Der Feind hat es auf euch abgesehen. Guck mal beim Boss, ich glaube die sind nach oben gerannt. Die Gegner rückt euch auf den Lall. Wartet nicht auf mich. Feiert ihr Strohköpfe. Ja, okay. Wo sind die denn? Sind die bei unserem Hardcam? Ne, die machen die ganzen Münzcams hier. Okay. Das war gar nicht so schlecht, da war jetzt Morales halt da. Ich kann Morales fressen, glaube ich. Oh nein, scheiße. Ich habe aber Dings gefressen. Geil. Oh, das war auch der Jackpot, ne? Mhm. Ja Ich geh die Mask geben Ich weiß nicht, dass ich da nicht mehr war Hab sie Nein Wer hat eigentlich den Jackpot eingesammelt von euch? Ich hatte Ich hatte elf Hab ich grad abgegeben Aber irgendjemand müsste noch welche haben Der hatte ja noch mehr Ja ich hab noch zwei Glaube ich ja Der Hammer Oh ne der ist wieder weg Ja die kommen Moral ist da Und Hammer Ich habe einen Stein im Brett Und wieder Ja Portal, Portal Ja Habt ihr das gesehen? Ja Ja und dann gibt's halt Maps, wo das richtig gut geht Oh nein Jetzt kommt der weg Jetzt kommt der weg Oder was? Tödini 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 Das war aber der nicestste Hook EU Ja da hatte ich den im Match auch gepackt Aber egal Wenn jeder hoch wieder neben geht... Wenn er noch muss unten gehen Ich bin nur 5 Sekunden wieder da Verlass ihn von Eule Geh mal ab Versuch zu hocken Hier, Vision für dich Ah, ich hab's gefressen Wollen wir das machen? Oder auch nicht Aber leider zu spät, ich war noch in der Luft Und zwar da wo ich nicht landen konnte Wir müssen weg, wir müssen weg Aber ein bisschen Blut Da ist sie gleich beleidigt Ah, direkt mal an den Porten Oh mein Gott Wie du pick... Wie du pick Arthas?! Hä? Warum du den immer frisst, war es vermutlich. Gewährt Verbündeten Mana und Fähigkeiten Stärke, wollte ich mal ausprobieren. Ich habe die, ne, ich kann nicht mehr lesen, was die schreibt. 10% Fähigkeiten Stärke, meint ihr das krass oder ist nicht so gut? Okay. Tarnt einen Verbündeten Helden. Ja, auf Level 20 bin ich mir nicht so sicher, was ich da mit dem Skid erheb. Bessere Polywomp ist natürlich auch geil. Oh Gott! Oh Gott! Ah, das ist MVP, ne? Tja. Aber wenn du dort jetzt nicht kaputt kriegst? Weiß nicht, sag du es mir. Mhm. Eure Zitadelle steht unter Beschuss. Wer holt sich meine Beute zuerst? Ha, 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 ha. Mhm. Oh, nein. G, gees. Eure Zitadelle steht unter Beschuss. Eure Zitadelle steht unter Beschuss. Ah, Niederlage. M-V-P. 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 M-V-P.